ja lang lang ist es her dass ich wieder mal ffx angemacht habe alle waren jetzt alle waren jetzt hier in dem ff8 hype gewesen auch ich aber habe es jetzt erstmal durchgehauen wieder ja damit willkommen zu einem weiteren part von let's play final fantasy 10 dem hd master genau die zwei parts die jetzt gerade eben noch veröffentlicht wurden das waren noch zwei ältere die ich vergessen habe buch zu lagen also part 19 und part 20 und part 21 wird dann jetzt gleich noch also erst mal part 21 wird erst mal aufgenommen das ist jetzt der part ja ich habe gerade mal gucken wo wir zuletzt stehen geblieben sind wir waren ja auf dem weg nach salami so alt halt 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 ja genau so der eine kommende zeit online in acht minuten dann ist der online so gut manche lange rumstehen wie schaut es aus nicht gut so wir haben auch einen kraft zu reden witzig immerhin so die marie reiht nie wieder auf einen super Ich kann nicht nur auf sie aufpassen, ja? Geht's weiter, tschüss. Hier geht's nach Quartus' Alarmie. Genau, die Quartus kriegen alle diesen französischen Akzent. Ach, halt doch die Klappe, Mann! Du! Ach, halt doch wieder. Wait up, you big meanie! Wait up, you big meanie! Wait up, you big meanie! Lalalalalalala! Hahaha! Ha 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 ha. Du bist nicht tot? Ah? 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 Ah, ich dachte, dass ich wieder fertig bin. Ah! Riku! Du bist Riku! Hey! Du bist okay? Wie bist du? Terrible. Ja, du bist nicht so gut. Was ist passiert? Du hast mich gebetet, nicht wahr? Oh, das Machina? Das war du? Oh, das wirklich schlug, du wissen. Du großartig. W-w-warte, aber du hast uns attackiert. Nuh-uh, das ist nicht genau das, was du denkst. Du! Ein Freund von dir? Uh, und du kannst das sagen. Pleased to meet ya. Ich bin Riku. Yuna, Lulu. Ich hab dich über sie gesagt, nicht wahr? Sie war derjenige, die mir zu helfen, bevor ich auf Besaid wurde. Sie ist ein Al-Bed-Bed. Ah! 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 Wow, so you like, all your life. What luck meeting here, huh? Praise be to Yevon. So, uh, Riku, you look a little beat up. You okay? Uh, Wakka. Huh? What? Oh, go ahead. Girls only. Boys, please wait over there. Right. Sorry, Wakka. Huh? What? Ah! Hmm. Hmm. Sir Oren, I would like Riku to be my guardian. Show me your face. Huh? Look at me. Oh, okay. Open your eyes. As I thought. Um, no good? Are you certain? 100%. So, anyway... Can I...? If Yuna wishes it. Yes, I do. Riku's a good girl. She helped me a bunch. Mhm. Well, I'm for it. The more to marry her. Right-o. Then I'll just have to be the merriest. It was strange. Even though Wakka had always hated the Albed. Riku, at your service. He never realized, Riku was one of them. Naja, das Problem, oder das Problem, er wusste es ja noch bis dato nicht. Er denkt, Riku is Riku. Oh, a treasure chest. Riku schützt der Riku. I wonder what's inside. Herz drohen, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Boom! Yahoo! Yahoo! Hm? You should know. I'm scary when I get mad. I'm gonna use that item I just got on you. You'll be sorry. You'll be sorry. Welches ich machen will. Strömung. Krachstheoret und Trafenschuppe. W-what did you just do? That was great! I can combine items and use them like this. It's not that tough, really. What? Ehren Rikos Nacken. Oder eh, 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 eh. Armer Nacken von Riku. So schnell. Umgedreht. Was haben wir denn für eine Waffe mit Tidus? So, da ist uns los. Wir nehmen mal das Bruderherz. Komm, mein. Wir gehen zu Guado Salami. Oh mein Gott, dieses Gesinge. Das ist der größte Gesinge. Auf Zug Bado Salami. Oh ja. Oh ja, oh ja. Halt. Ja, dann. Ja, dann. Schala, schala. Autsch. Du dreckiges Ding. Wie kannst du es wagen? Na, 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 na. Jetzt wirst du dafür grüßen, dass du uns so penetrierst. Du hässliches Ding. Aua. Oh, Mann. 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 Na, warte du. Boom. Wir wechseln mal die Truppe, aber stimmt, Wir haben ja Riku, sollte aufhören zu singen, aber es steckt so an diese Musik. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, ey. So, who's next? So, who's next? That's how it's done. That's how it's done. So, who's next? Ah, Muna wieder mal aufnehmen, ey. Ja, jetzt haben wir ja den FF8-Hype erstmal rumbekommen und können wir uns wieder auf FFX konzentrieren. Oh, du salami. Jetzt in die Kiste? Nee, dann war die woanders. Dann... Dann war die woanders. Ouch. Ouch! Take that! Take that! Woohoo! Woohoo! Bum, 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 bum. We have been expecting you, Lady Yuna. Welcome to Guado Salam. Me. This way, m'lady. This way. Uh, uh, me? Whoa, whoa, whoa! Oh, oh, I beg your pardon. I am called Trommel Guado. I am in the direct service of our leader, the great Seymour Guado. Lord Seymour has very important business with Lady Yuna. Business with me? Whatever could it be, I wonder. Please, come inside the manor. All will be explained. Ach, jetzt kommt es umbauen. Ja, das können wir alles überspringen. Speed drücken. Und lauscht der Quadro Salami Musik. Jetzt weiß ich auch die Musik von dem Salika, weil die klingt nicht wie Senna kennt in FFX2, sondern die klingt eher wie Quadro Salami, wenn man das jetzt mal so vergleicht. Also hat so eine Ähnlichkeit. Klar, 11x2 Senna kennt, kommt da auch ran, aber die Musik von Gor Salami kommt ja auch ran. Für den Salika-Wald aus 1112. Meitem! Ja? 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 Lass dich nicht mit ihnen ein. Hier ist der Strom. Da gibt es viele Dinge mit Strom, weil wir... Oh, das war ein bisschen teurer. Ich komme schon auf den Preis geachtet. Hier müssen wir erst in die Villa rein, ne? Ja, gut, das würde ich sagen, machen wir mal im nächsten Part. Ich bin im Dreh, ich stelle mich nicht. Bevor ihr das Erebusum besucht, geht bitte zum Auswand. Ja, ja, ist ja gut. Aber das würde ich sagen, machen wir erst im nächsten Part. Also, da ich ja gespeichert habe, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also dann, meine lieben Freunde, fange ich auch schon so an. Dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Harte rein und macht's gut. Ich fange schon so an. Mäh. Egal.